Willkommen zu einer neuen Folge von Wizard Empire. Natürlich wieder heute mit dem Rothermoon und den Herrn Blaze. Hallo. Ist das laut hier? Geht alles sterben. Ja, die machen, dass mein Blut wieder voll wird hier. Wenn man letztes Mal so viel Blut verbraucht. Machen wir mal wieder Lochbuddeln oder? Ich weiß nicht. Können wir. Ja, da brauchen wir richtig viel Blut für, ne? Wir brauchen halt Rohstoffe, ne? Ja, dann würde ich sagen, machen wir wieder Lochbuddeln. Nimm Schild mit. Schild? Schild, ja. Wieser Schild. Und Holz für Kisten. Ja, Holz für Kisten wäre ganz gut. Und wofür ein Schild? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, du weißt doch, das tiefe Loch auf Doom oder keine Ahnung. Kann man davor. Kann man vor Ort grafen. Kann man vor Ort grafen. So, was brauchen wir denn so? Sagen wir 200.000 Wut für jeder? Reicht für so ein Loch, oder? Guck mal, das dürfte ein bisschen dauern. Wir brauchen mehr Steine jetzt als Opfer oder was, keine Ahnung. Wer ist denn gerade schon? Ich weiß nicht. Ich halte halt drauf, ne? Ich auch. Sagen wir die Anzeige. 82.000. Das ist nicht sonderlich viel. Ich habe gerade mal 38.000 was. Wieso? Ich hatte gerade nicht gerade schon mal mehr? Es wird mehr, es wird nicht weniger. Okay. Vielleicht sollte ich mal den anderen Opfer annehmen. Vielleicht gibt es ja mehr, der Spenden zum Moment auspenden, oder? Kann das sein? Keine Ahnung. Dann bräuchten wir mal den nächstgrößeren. Echt? Ich weiß nicht. Dann müssen wir noch einen Bata bauen. Das geht ja gar nicht. Ja. Wo willst du denn zum Bata nehmen? Dann müssen wir erst mal Duelle gewinnen. Das stimmt ja. Der war gut. Um Duelle zu gewinnen, müssen wir erst mal Duelle machen. Da ist ja keiner da. Wo liegt ja mal die Angst vor uns? Kann auch sein. Oh nein! Ich habe ihn abgebaut. Das ist auch gut. Was ist denn? Was ist denn? Du hättest dir ja recht immer aus, dass du ihn ganz gedrückt und die linke zwischendurch mal drücken... Ja? Genau. Mein Gott. Ja, das ist jetzt nicht so spannend, aber wir müssen natürlich wieder Blut in unser System kriegen. Nur ein bisschen Ja, wenn wir tiefe Löcher buddeln wollen, dann brauchen wir das Ressourcen sammeln Bis unsere Kisten überbleiben Wir haben ja nichts mehr, das ist ja das Problem Noch einen Diamanten Also jetzt wieder zwei, glaube ich Weil ich ja einen das letzte Mal gefunden hatte Klick etwas zärtlicher Sei liebevoll zu dem Kristall Ich hab gedrückt Ah, sehr schön Ich hab mal nachgucken, wie du schon hast, weil ich hab ja weniger zu 118.000 318 Er wollte noch nur bis 2000 machen, oder? Und wenn du ne 200 Ich mach noch weiter durch und dann kann ich Das Loch etwas verschönern Eigentlich müsste ich mir jetzt noch schnell eine Bounce-Schoffel machen Aber da hast du du eine, glaube ich Ich hab eine, ja, hast du keine? Okay Oh, ist das spannend, komm, wie lange Machen wir das noch vier Minuten lang nur Blutspenden Yeah, cool Das muss, das muss Ja Guck mal, wie du dich habe 165.000 Gramm Aber man Das muss schneller gehen Du musst eine Möglichkeit mehr kriegen, mehr Blut zu kriegen, oder? Ja, wie gesagt, du kriegst du über dein Altar hier schon was, ne? Ja, aber das ist ja so wenig Ja, du musst halt noch ein paar Dinger einbauen Es gibt, glaube ich, auch noch Steine dafür Ja, ja, hab ich ja schon Da, wo du grad stehst, da sind ja alle solche Oh, oh Ja, das dauert, ne? Du musst mir überlegen, wenn das Ding eine Stunde drin liegt Und schon ein bisschen was bei rum Ja, gut, da muss auch eine Stunde drin liegen Vielleicht brauchen wir mal mehrere solche Altäre, die mich dann speisen Oh, ne Ich sehe schon, wenn wir ein Duell machen, dann stehen wir auch erstmal Die, da haben wir jetzt hier mit dem Vorbereitungszeit Da stehen wir ziemlich ähnlich und machen unsere Blutreserven voll Ja, das dürfte halt eigentlich normalerweise nie leer sein Na, wenn wir nicht solche Löcherbuddeln würden Oh, Löcherbuddeln macht Spaß Ich weiß gar nicht, wie viel das globale System reinpasst Bist du nicht schon beim Maximum? Ne, guck kurz 321 Ich weiß nicht, wo das Maximum muss, keine Ahnung Ich denke, bei mir sollte das jetzt erstmal reichen Du spendest mit den Gelben, oder? Ja Rechte Maustaste Dauer gedrückt halten Ja, ja, hab ich auch Der Bildschirm wackelt so schön dabei Oh ja, Party Party hart Ich habe immer nur spenden, 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 ist immer noch, oder? Ja, dürfte genug sein bei dir? 258.000, ja Ich habe, oh, 72.000 Oh Dann machen wir noch schnell meine Taschen leer Ich glaube, meine sind leer Ich lege mir mal schnell ins Bett Und meine eben nicht Ich gucke mal einmal im Winter nach Also ganz leer ist es nicht, aber was soll ich machen? Ich kann meinen Rissen in die Eierkiste packen Im Moment Wackeln brauche ich im Moment auch nicht Dann haben wir mehr Platz So, das Holz nehmen wir uns mit Und da haben wir auch noch ein bisschen Oakwood Da haben wir gleich noch zwei Kisten Ich mache mir auch noch ein paar Kisten Ich habe jetzt, ähm, 20 Kisten dabei Übertreib doch Mal kurz mal mit dem Hüchen vorbeigucken, wie viele da schon wieder sind Wetter manchmal in Richtung Loch Ja, wenn ich nicht vom Server fliege Oh ja Einfach Zitschle anmachen und dann ab und zu mal landen Gehen wir zum üblichen Loch, oder was? Natürlich Okay Frage ist, wo war das? Irgendwo in der Wüste Wo bist du denn? Am Loch Bis dahin bist du das da? Ja, ist nix natürlich da rum Bin da Müssen wir das Zitschle anlassen, ne? So Einfach daneben So Müsste eigentlich passen Wo machst du? Rechtsklick Flup Flup Hä, wieso kann ich mich? Ist doch Rechtsklick, oder? Meine Schaufel geht nicht gerade Doch Erde geht doch nicht Schaufel Hast du die aktiviert? Ja Oh Wie? Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Was denn? Wie konnte ich den Ground zu hart hitten? Hast du den Ground zu hart gehittet? Hast du deinen Zitschle nicht angehabt? Doch Doch Aber ich bin Ich hab Es hat ja nicht geklappt Außer es hat geleckt So wie sauer Das kann natürlich sein Aber Ich komme mal rüber gerannt Das Spiel verarscht mich Möglich Sammeln wir mal nicht meine Items auf Wer weiß wo die liegen gerade Keine Ahnung Also mein Zitschle hat sich an Hundertprozentig Kann ich das irgendwie ausmachen? Was willst du ausmachen? Ich stehe gerade nicht so auf Wasserfall hier Achso Ich kann den Ground nicht zu hart gehitten Das geht gar nicht Vor allem hab ich nur mit der Schaufel gemacht Ich kann nur wüsstens die Erde oben weggemacht haben Vielleicht kann ich ja gar nicht gefallen sein Verstehe einer, wer ist das Spiel? Diamanten Komm ich da jetzt am besten dran Keine Ahnung Also meine Sachen liegen alle oben Hier ist kein Loch, nichts Ist gut Ja Zitsch ist jetzt sogar noch an Das Spiel verarscht mich 100 pro So Jetzt einmal hier wieder rauskommen Ich hab nur noch 10.000 LP drin Ist komisch Ja dann buddel ich wohl kein Loch Ich gehe wieder Blutspenden Hab ja nichts zu tun Jetzt das Spiel Wenn mich das verarschen will Dann kann ich das auch nichts zu So und dann machen wir hier eine einzelne vorerst mal Ja Nö, nö, nö das zieht jetzt gar nicht ein Nö, das zieht jetzt gar nicht ein Ich weiß jetzt nicht, wo kann ja mein Blut jetzt hin sein, was ich noch 10.000er drin habe. Wie kann das denn sein, bitte? Wo ist der Rest hin? Das kann ich dir nicht sagen. Na, ist mein Sohn auch noch wach? Passt, läuft heute bei uns. Steh ich wahrscheinlich gleich, weil ich hier irgendwo mitten im Wald rumstehe. Ich sitze mir auf den Baum. Da bin ich gleich wieder da. Das würde ich gerne mitnehmen. Nein, Mimischiete könnten wir irgendwann noch brauchen, wenn wir denn noch Platz hätten. Ich kann ja eh gerade nichts mehr aufnehmen, oder? Ein bisschen was noch. So viel Zeug, so viel Zeug. Und wieder ab nach oben. Cobblestone, wer auch immer den Cobblestone irgendwann braucht, keine Ahnung. Da kommt dann der gute Stuff rein. Und dann geht es nochmal ganz nach unten. Immer noch nicht alles. Boah, diese Dunkelheit hier. Hallo, fliegen! Ne, 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 das möchte ich behalten. So, da sind wir wieder. Ging ja heute schnell. So. Wo ist denn das Loch? Hier wollte ich doch genau mein Loch eigentlich hinmachen. Wo ist denn dein Loch? Mein Loch geht hier am Baum runter. Ja, ich muss ja irgendwie an dem Dreck vorbei. Achso. So, erster Stuff ist alles gelootet. Ich hab Spaß jetzt hier. Ach, du hast ja den Kristall mitgenommen. Ja. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, ne? So, ähm, dann werden wir hier mal weitermachen. Wie viel hast du jetzt noch? 224.000. Also hast du gerade mal 100.000 gebraucht für so ein Loch. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Flucht, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal. Also das ist 200.000 insgesamt gebraucht. Wo war ich auch immer gestorben bin? Ich hab keine Ahnung. Mein Gott mag mich, glaub ich nicht. Ich glaub auch nicht. Nanananananananana. Geht das Wasser wieder irgendwie abschalten oder so? Magst du das Wasser nicht, oder wie? Ne, weißt du, wenn ich dann unten ersaufte, ist das nicht sonderlich schön. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ich bin Verderber. Vor allem jetzt vier Minuten lang umsonst Blut gespendet, weißer, das ärgert mich. Einfach hitze, clown, zu hart. Bin nix runtergefallen, weißer. Aber ich müssen jetzt ein bisschen Blut spenden, erst mal wieder. Ich geh bestimmt hin aufs Mord, weil wir einfach jetzt Kisten hingesetzt haben, was wir gar nicht durften. Weinst du? Ja, kann ja sein. Aber irgendwo muss der Müll ja hin, ne? Damit die Welt nicht leckt. So, 154.000, jetzt mach ich mal hier. Aber von da kommt auch noch Wasser. Oh. Komm, na mit da hoch. Oh Gott, der Kampf mit dem Wasser. Oh, ich hätte mein Stitch dann machen sollen. So, wo haben wir meine Kisten jetzt? Chest. Blub, blub. Ich habe ja gerade echt zu kämpfen. Blub, blub. Echt? Mhm. So, jetzt haben wir einen Cobblestone, Cobblestone. Hier alles mögliche. Cobblestone. Quarz. Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone. Limestone, Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone. Ich muss irgendwo eine Kiste setzen, was ich mitnehme. Hier direkt neben den Kristall kommt, dass man sich mitnehmen kann, dann hinterher was, was sinnvoll ist. Das war bis jetzt noch nicht viel. Wenn wir jetzt eh mal nach oben. Das könnte jetzt relativ schwer werden, da eine Öffnung hier zu hitten. Meinst du? So schwer? So. Oh, jetzt habe ich nicht gesehen. Jetzt bin ich da. Komm doch nicht raus. Gib mir die Kiste wieder. Danke. Soll ich das vielleicht ein bisschen größer machen? Hier? Ganz klein wenig. Langweilig. Ups. So. Und wieder hoch. Wow. 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 So in einer Loch da oben zu treffen, ist ganz schön schwer, oder? Ach nee. Kommst du denn auf sowas? Dachte ich gerade so. Ich glaube ich jetzt eigentlich noch. 115. Brauchst du Cobblestone? Nee. Ich habe schon zwei Kisten voll. Das war ja nur Shit, was ich gekriegt habe. Nur Scheiße, ey. Alter Verwalter. So, einmal hier rüber. Mistik ist der ganze Gravel hier, ey. Bisschen was passt noch rein. Oh, da liegen die jahres. Ich sehe sie ganz genau. Und wieder hoch. Ja, das geht mir gerade nicht anders. Runter und wieder hoch. Runter und wieder hoch. Und die zehn Kisten sind eindeutig zu wenig. Definitiv. Wir machen ja aber auch Raubbau, ey. So, abwärts. Äh, wo sind jetzt die ganzen... Sind die Items jetzt despawned? Nein, zu langsam bisher. Da waren Diamanten dabei. Das bist du auch zu langsam. Alles weg. Das waren keine fünf Minuten, ne? Glaub ich. Wir sind übrigens schon wieder bei 20. Wollen wir Schluss machen? Gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.